Ich glaube, ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr verhaspelt. Zu feillizig da ist, immer, immer da sein. Never gonna give you up, never let you down. Hüftgold können sie von uns kriegen, aber die wären es auf jeden Fall. Ihr seid schon sehr gut und perfekt. Ich bin Henning Weichert, ich bin Prokurist bei der MP Edelmetalle GmbH und bin fürs Marketing zuständig und die Vialverwaltung. Wir handeln mit Gold und Silber, Münzen und Barren, sowohl im Onlineshop als auch am Schalter. Direkt im Prinzip zur Anlage, wenn Sie denken, hey, ich möchte mal ein paar tausend Euro in Gold oder Silber investieren, kommen Sie zu uns. Bekommen ein paar Goldstücke und sind glücklich. Ich habe im Internet mal ein bisschen gesucht, weil ich auf der Suche nach einer schönen neuen Werbeagentur war und mir fiel irgendwie die Seite gleich auf. Und ich fand das Design sehr ansprechend und dachte mir, ja, was hast du zu verlieren? Schreibe ich mal an. Nee, das muss nicht sein. Im Prinzip haben wir erstmal mit so einem kleineren Projekt gestartet. Wir hatten einen in die Tage gekommen, einen Flyer, der mal wirklich auf sehr modern und einfach ein bisschen geiler, dass man es schön anfassen mag und sowas. Das war das erste Projekt, was wir gestartet haben. Und da wir dann so zufrieden waren, haben wir immer wieder weitere Projekte angestoßen und wurden dann auch mal so ein bisschen experimenteller. Was ich mir vorher gar nicht so unbedingt gedacht habe. Wir haben da verschiedene Flyer-Formate gemacht. Wir haben zum Beispiel einen Runden-Flyer oder so einen Plus-Flyer zum Aufhalten, um damit etwas auch mit anderen Formen etwas zu spielen und einfach mal zu schauen, was möglich ist und was gut ist. Nee, also der Ersteindruck hat sich auf jeden Fall bestätigt. Das lief genauso, wie ich mir es vorgestellt habe. Also ich habe das erste Treffen gehabt und dachte mir gleich so aus dem Bauchgefühl raus, ja, alles klar, die wären es, wenn jetzt nicht irgendwie was grob falsch läuft. Die wären es auf jeden Fall. Ah, leider nicht schön wäre es. Hüftgold können sie von uns kriegen, aber... Im Prinzip an dem sehr schnellen, unkomplizierten Austausch. Also ich bin bei den Projekten auch immer mit ihren Angestellten in Verbindung gewesen und auch sehr schnell immer hin und her geschrieben. Kleine Anpassungen waren absolut kein Problem. Es wurde immer alles sehr schnell und auch qualitativ sehr hochwertig erledigt. Und ja, dass wir jetzt wirklich einen festen Ansprechpartner haben, falls wir neue Werbematerialien einfach designt haben möchten. Dass man wirklich einen festen Ansprechpartner hat und sich da gar keine großen Gedanken machen muss. Ich habe da nur im Prinzip eine grobe Idee, gebt das zu ihnen hin und das wird dann sehr schnell und zuverlässig dann entsprechend umgesetzt. Macht einfach so weiter. Das Wort muss verbreitet werden, dass das ihr wirklich so gut seid. Und macht so weiter. Bleibt so, wie ihr seid. Ihr seid schon sehr gut und perfekt. Ja, gerne.